Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk In 300 Metern rechts abbiegen in die Almbronner Straße Richtung Neckarrail Süd jetzt rechts abbiegen Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Austart verlassen und der Almbronner Straße weiter verlassen Den Kreisverkehr an der zweiten Austart verlassen Norddeutscher Rundfunk 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 In einem Kilometer den Kreis man ja an den zweiten Ausgang verlassen. Okay, copy it. So many plates. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen in die Heidelberger Straße. In 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Die Rante, also hier, das ist Syrien, die Wagen, die Wette, dann auch bei Wut 2, die Wagen. Das ist hier der Runde. Und im Bundesland den Saaren reichen. Das war Willi, das ist ein Wagen und ein Spürstraß. 800 Metern rechts abbiegen. Also da muss ich hier mal ausmachen. Das kommt hier wohl allerdings. Das geht noch ein Wagen und muss. 3.000 m rechts abbiegen auf die steigelten ein Insekterkopf öffnen wir aufs Handy das ist die enthalten überhaupt die Zeige ist fix die Zeiger braucht das die Zeiger muss die Behandlung jetzt rechts ab hier nein, ich fahr hier nix bis westlich in 200 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen in den Uralherrenweg in 50 Metern rechts abbiegen und das ist des Gendams des Gendams ist eine große Frau der Polizistenfors kannst du sagen und ich hab' extra mitgebracht ich mach' das sagen wenn das mal anhält oder auch so die Polizistenfors mit Eseldarm und gefüllten Enau ein Stück gut ähnlich wie der Polizistenfors jetzt rechts abbiegen in 6 Metern in 6 Metern zackigeln pass auf wenn der Polizistenfors klappert das ist ja total das wird dann ein 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 sozial in 300 Meter links abbiegen in den Uralherrenweg ein 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 das ist ja ein 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 Jetzt kann man Bus fahren, weil ziemlich schnell die Ecke ist. 8,4 km der Straße All right, so it's pretty good Oh Gott, ein Teil der Kruise Drei, zwei, drei Drei, zwei, drei Drei, drei Drei, drei 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 die ist ein die ist ein Untertitelung des ZDF, 2020